Das WIFI bietet Nachhilfeunterricht für Lehrlinge in Mathematik, Deutsch oder einer lebenden Fremdsprache an. Die Schulungen können nach Vereinbarung auch im Unternehmen selbst durchgeführt werden. Darüber hinaus bieten wir zwischenbetriebliche Ausbildungen für Lehrberufe unterschiedlichster Branchen. Diese dienen zur fachlichen Vertiefung bzw. als Vorbereitung zur Lehrabschlussprüfung. Unternehmen können die Kurskosten bei Nachhilfe bis zu 100 Prozent und bei zwischenbetrieblichen Ausbildungen bis zu 75 Prozent zurückerstattet werden. Wir beraten die Unternehmen bezüglich der Kursangebote und informieren über die aktuellen Förderungen. In Zeiten des Fachkräftemangels kommt eine Lehrlingsausbildung im eigenen Haus immer mehr Bedeutung zu. So investieren wir auch im Jahr 2018 in ein neues Ausbildungszentrum und wir bieten unseren Lehrlingen darüber hinaus viele Weiterbildungsangebote. Unter anderem im technischen Bereich arbeiten wir da mit dem WIFI zusammen und in der Lehrlingsausbildung ist es sehr wichtig, dass man die Lehre macht und neben der fachlichen Kompetenz, die man erwirbt, auch die persönliche Kompetenz greift und da bieten solche Zusatzangebote natürlich tolle Möglichkeiten. Es ist sehr wichtig, dass es solche tollen Angebote gibt, die auch sehr gut gefördert werden und wir sind sehr froh und dankbar, dass wir mit dem WIFI einen tollen Partner an der Seite haben.